herzlich willkommen youtube zu einer neuen folge resident evil revelations mit das toni ja hallo bei resident evil revelations mit itt natürlich auch moin ich bin auch dabei genau wir spielen weiter im koop und zwar die mission terra grigia 2 stufe 19 auf level 16 so bin ich nicht mal wie schon diese levelzeit nicht schneller als ich kann das ich brauche nur fünf minuten das will ich sehen weil ich in jeder war für den erfahrungsbonus drin ab 35 gegner geht's dir gut leu wieso spiele ich eigentlich ihn hier ich habe eigentlich meinen charakter gewechselt das belastet und ich weiß wo wir wieder sind oh ja ich war keine high roller und weg Du musst nachladen, Bruder. Ah, Junge. Kann man da drüber? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Wie er uns hauen wollte mit seiner letzten Kraft. Ja, Mann. Aber... Oh, hier. Oh, guck mal hier. Alter. Kommt der andere weg? Auch da weg, wo der andere wegkommt. From the side of life? Ja, from the side of life. So ist es. Mann, ich schieße hier nur ins Leere. Get down, get down. Oh, unsichtbarer. Oh, nice. Oh. Okay. Hier geht es weiter. Alter. Ja, er hat mich noch. Richtig so. Was war der denn? Was war das denn? Hier, rechter spinnt. Ja, habe ich leider voll. Schrot habe ich auch voll. Oh, hier sind noch mehr. Oh, hier sind noch mehr. Nicht. Muni sparen. Wir haben so wenig. Was war das denn gerade für einen Gruß von ihm? Alter. Ich schieße nur daneben, perfekt. Oh. Achtung, Handgranate, Toni, pass auf. War noch so ein Ding. Oh, jetzt kriege ich ins Leere. Habe ich, so schnell kommt, wo wir erst nicht andere zeigen. Nochmal ein alter Schlüssel. Wir haben hinten auch noch den anderen Weg, ne? Ja. Hier kommt noch was? Wir können auch Schlüssel benutzen. Hinter dir. Wo ist der? Weiß nicht. Da. Oh, wo ist da? Hier. Ich messere ihn, okay. Wo ist da? Ich messere ihn, hä? Äh? 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 Hier ist Heilung, die brauchst du. Nimm mich mal mit. Unterm Tisch da was? Da brauchen wir auch wieder Schlüssel. Ja, hier kann man... Achso, das ist hier jetzt. Ja. Ah, hier ist Munition hier am Ende. Ja, wir sind da was im Gang. Da ist Munition. Cool, Pistil. Ja, besser als nix. Ja, da kommen wir ein bisschen ganz zurück. Ja. Hab ich voll, ja. Okay. Obwohl, was haben wir hier hinten noch? Auch mit Schlüssel, okay. Okay, da ist auch mit Schlüssel, ne gut. Da fehlen uns ja noch ein paar Schlüssel. Zwei. Ja, minimum. Äh, äh. Äh, äh. Da steht jetzt ein Unsichtbarer vor uns. Hier können wir durch. Okay. Äh, sag ich da? Ja, ich guck mal mit dir. Guck mal zusammen. Sind Unsichtbare. Ja, ich glaube oben im Flur, da war, glaube ich, auch noch einer. Hier ist das Toni, lass das Toni töten. Ja. Guck mal, der kann nix. Das ist ja super. Dann kann er ja mehr als ITT. Unsichtbar. Rar. Rar, Rarität. Hinter mir ist noch was. Und was? Ich kann nie die Muni mitnehmen, die ich hier kriege, ne? Kannst ruhig mal deine Handgranaten schmeißen, mir jung. Jetzt. Jetzt fliegen sie ja. Das tötet den Dicken nicht. Näh, das sieht ja gut aus. Da leg dich hin. Das ist geil an der Pumpgander, ne? Ja. Ja, diese Mannstopf-Kram, wir kommen da, ne? Ja. Ernst, hab ich selben Gedanken gehabt? Drei Schrotgewerbe. Cool, ich konnte Pistel-Muni mitnehmen. Hahaha. Guckst du da? Ich guck hier. Kraut hinten rechts drinne. Okay. Ja, dann dürfen wir jetzt wieder ganz zurücklaufen. Ja, ich würde sagen, ist wohl richtig soweit. Oder erst nach oben. Aber hier sind noch zwei Spinnen. Aber hier sind noch zwei Spinnen. Ah, nee, die hatten wir ja gerade offen. Nicht toll, ey. Ja, ähm, egal. Wollen wir nach oben erst? Können wir auch. Aber ich denke mal, wenn die nächsten Tür... Wollen wir jetzt hier durch oder nicht? Nein! Toni! Alter, wie der Schatten hier hinter der Wand. Bist du. Hä, wo bist du denn? Ich bin schon ganz oben. Wir können da nicht durch. Okay, über der Fünf? Auch nicht. Ganz nach unten. Hm. Wir haben ja den Schlüssel. Einen haben wir, ja. Darfst du gleich die Tür aussuchen, welche von den beiden. Das ist mir egal. Nimm einfach die erste, die wir über den Weg laufen. Brauchen wir den Raum... Wollte ich gerade sagen. Ja, so. So, da hätte ich nämlich auch Bock drauf gehabt. Diesen Raum als erstes. Wow. Waffenkiste. Das hat sich ja dermaßen gelohnt. Guck mal nach einem Zeichen hier drin. Ich bin schon dabei. Die würden hier niemals nur eine Waffenkiste hinlegen. Für einen Schlüssel. Und Munition doch. Und das denn nicht? Oh, da rechts ist ja... Wollte ich gerade sagen, da ist ja noch... Ach, da kommen wir gar nicht durch, wie in dem Tor war. Ja, müssen wir jetzt irgendwo nochmal Gegner suchen, oder was? Ja, ich glaube, ist fast so, oder? Ja, hier geht es nicht weiter, oder? Ja, oder noch tiefer im Treppenhaus, da war nichts, oder wie? Nee, aber jetzt läufst du ja wieder zurück, Toni. Ja, ja, ja. Ich gehe zu dem anderen Schlüssel. Wollte aber nach rechts noch laufen, ja. Kann ich nicht drüber. Nehmen wir auch noch 14 Stück. Ja. Jo, sind hier. Okay, ich komme mal. Ist auch ein dicker, unsichtbarer. Mehrere. Lad nach, schneller. Danke für nichts. I'm running. Danke. Kriegen wir ja nur Pistel, Muni. Cool. Alter. Kommt er denn weg. Wo ist der? Ja. Alter, er schüttelt. Da, 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 da. Krieg nur Pistel, Muni, fuck off, ganz ehrlich. Ja. Irgendwo lebt hier nur einer. Springen wir da rüber. Ja. Alter Schlüssel. Okay, Attacke. Okay. Ich habe so oft daneben geballert. Kann man mal haben. Kannst ruhig ein paar von deinen Handgranaten benutzen. Ja, ich weiß. Ich habe gerade erst aufgefüllt gehabt davor. Die Viecher, da wirkt das noch nicht so. Okay, bis an der Pumpe drauf rotzen, habe ich das Gefühl. Ne, ich muss diese Elektrogranaten holen. Die, die stunnen. Damit betreten können. Alter, ich kriege hier nur Muni vorgesetzt, die ich nie mitnehmen kann. Pistole. Okay, hier ist nichts. Ich habe noch ein Item gesucht. Okay. Hier brauchen wir auch wieder einen Schlüssel. Links oben, ja. Aber kommen hier auch noch acht Gegner. Acht Stück, wahr? Kommen jetzt alle hier, wahr? Gehe ich mal von aus. Pistolen, Munition, Gewehr, Munition. Noch ein Kraut hier. Guck gerade hier die ganze Zeit nach einem Zeichen. Hier kommen gleich Gegner, weil hier ist noch ein Kraut. Daran machst du das fest? Ja. Alter, so viel Pistolen, Munition. Da kann ich nicht rüber springen, das ist so ein Witz. Hier kann ich auch nicht lang. Ja, komm, dann gehe ich die Leiter, äh, die Leiter, die Treppe hoch. Oh, hier ist auch noch Muni, ne? Oh, hinter dir, Gegner, hinter dir, hinter dir. Alter, fick dich. Nein, nicht so ein Fettsack. Geht, er geht auf dich, dann mach du das. Ja, ich merke, ich muss weg. Oh, hier kann ich nicht lang. Ranggranaten, wenn du hast. Ja. Tritt den ein. Schön. What? Vier Gegner noch, du machst das schon. Alter. Sniper ein bisschen von hinten. Ja. Hat ein paar Hits gefressen. Prost, ja. Ach, da kann ich wieder nicht durchschießen durch das scheiß Glas. Was? Gott. Alter, der macht mir Damage, weil er gegen mich läuft. Was ist das denn? Der ist tot. Schön. Kommt noch einer von denen. Hinter dir, ja. Alter, das ist ein schneller. Komm, Gewehr. In den Arsch. Er tut nur so, als ist er schnell. Oh, der ist wirklich schnell. Alter, was hält denn der aus? Hast du so eine Stungranate? Ja, ich hab noch normale. Oh, Pfeilen auf den Boden aufpassen. Kannst du wegmessern, ne? Ja, ich mein nur. Komm schon, wofür hab ich Betäuben in der Waffe? Oh. Hier, Granate. Frisst das. Macht fast nix. Hat er mir die Falle ins Gesicht gespuckt. Ja, wahr. Der letzte Gegner. Alter, warum wird er nicht gestunnt? Keine Ahnung. So, stirbt. Alter, nicht ich. Du. Pass auf, dass du nicht one-hit bist. Schön. Ja, hab mich gerade geheilt. Na, ach komm, ich lauf da noch rein. Ich dachte, die wär weg. So, Pistole, Munition wiederholen, ja. Und oben, ich hatte da noch irgendwo so ein Kraut da, ne? Unten. Ne, muss da, ja, unten auch. Ich glaube auch noch oben. Hab ich das schon genommen hier unten? Da. Ich trete kaputt, ne? Jetzt könntest du, ja. Nice. Jawohl. Nur noch eine Mission, dann haben wir es geschafft. Jo. Nicht mehr viel. Okay. Ah, wie gesagt, Resident Evil 5. Da freue ich mich am meisten wieder drauf, wenn da ein Remake kommt. Oh, ja. Der Teil hier ist nicht so der richtige Hit. Aber Teil 5 war schon Zucker. Der war Zucker, Zucker. Oh, eine Hawk. Ich hab eine Hawk gekriegt. Ich hab eine Python bekommen. Die muss ich schnell angucken. Ja. Ob wir was schnüffeln wollen, wie die sind? Ja. Riechen gut. Ja, ich rieche noch. Oh, danke. Der hat sogar drei Slots. Oh, endlich. Ich hab den Sniperersatz. Ich glaube, ich mach lange Reichweite bei der... Kann die Pale Rider weg, wa? Die verkaufe ich. Ich schieße aber schneller. So. Verkaufen. Zack. Zack. Schöööö. Anstatt Gewehr machen wir das mal. Es besteht eine Chance von 15% das Gegner Kräuter fallen lassen. Machen wir mal so, wa? So. So, wir müssen noch einmal hier umswitchen. Schaden. Ja, machen wir trotzdem. Große Magazin. Ha? Das klingt ja gar nicht viel. Stoppen 2. Ganz wichtig. Wir haben weiter die Trefferzone, ne? Täuben. Ich glaub, das ist auch cool, ne? So, bin ready. Oh, hier kritisch. Last Mission. Äh, ich muss noch meine Waffe machen. Feuerrad, äh, großes Magazin. Oh. Stoppen. Betäuben. Hey, Toni, weißt du, bei welcher Mission es gerade eine extra Waffenkiste zu holen gibt? Äh, nee. Ich sag nur schwimmen. Och, nee. Halt bloß die Schnauze. Sag einfach lieber nichts. Die machen wir neu, ne? Äh, äh. Äh, äh. Ja, Pistole ist natürlich auch nicht schlecht. 16, da ist schon wieder so wenig. Körperpanzerung. Alles cool. Wo sich die Körperpanzerung... Nochmal Körperpanzerung. Hm. Nice. Man hat mir fast das eine Ding leisten können. Ja. Für 200.000. Was für ein Ding? Bessere Gegenstände finden. Okay. Ich hab nicht mal so'n Perk mit für... What? Jetzt krieg ich grüne Waffen. Am Store das erste Mal so richtig... Da, Schockgranaten. Die nehm ich mit. Ich glaub, ich mach mal eben... Impuls nehm ich auch mal mit. Okay. Bin ready. Das hier weg. Oh, man. BP. Los geht's. BP Boost. Und hier mach ich mal eben das hier weg. Los geht's, Toni. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's rein. Ja, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Lasst euch gerne einen Like da. Und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Und ein Abo. Tschüss. Abonnement. Abonnement. Untertitelung des ZDF, 2020